Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die Daten, die wir für das maschinelle Lernen brauchen. Und zwar, wenn ihr euch mal ans Autofahren erinnert oder dran denkt, falls ihr es noch nicht könnt, dann war das alles nicht möglich ohne irgendwelche Daten. Also entweder habt ihr in den Theoriebögen irgendwas auswendig gelernt, was mehr oder weniger nichts gebracht hat, oder aber ihr habt tatsächlich jemandem dabei zugeguckt, wie er gefahren ist, zum Beispiel euren Eltern, falls ihr davor noch nie gefahren seid oder so, oder jemand hat euch gesagt, was ihr machen müsst, ganz langsam Fuß von der Kupplung kommen lassen und so weiter und so fort. Und genauso ist es bei Maschinen auch, die brauchen, oder bei Computern in dem Fall genauer gesagt, die brauchen irgendwelche Daten, auf denen sie lernen können, nur sind sie nicht ganz so fix wie wir. Deswegen brauchen sie normalerweise sehr, sehr viele Daten, weil wir irgendwie alles mega geil verarbeiten können und das weiß man tatsächlich noch nicht, wie man das macht. Aber wir brauchen auch Daten und ja, Maschinen brauchen einfach noch mehr Daten. So, jetzt ist das Problem, wir können nicht einfach ein Video machen und sagen, guck mal hier, Maschine, so fährt man Auto, fahr mal. Sondern wir müssen sagen, okay, das sind die Daten und da unsere Maschine ja nicht sehen kann, beziehungsweise nicht erkennen kann, was jetzt was ist, das müssen wir dem ja erstmal beibringen. Wenn wir ganz, ganz, ganz zurückdenken bei uns, dann haben wir auch irgendwann mal laufen gelernt oder sprechen oder eben verstehen, was jetzt eben eine Kupplung ist. Und das sind alles solche abstrakte Begriffe, die man eigentlich so gar nicht in der Maschine zutrauen kann. Die muss man da auch erstmal beibringen. Und deswegen müssen wir die Daten selbst aufbereiten sozusagen. Wenn wir uns das mal genauer angucken, ich habe hier mal einen weißen Hintergrund mit meiner Maus. Wuhu. Nein, aber im Prinzip wollen wir ja normalerweise Daten haben. Normalerweise sind die Daten irgendwie auf einer Achse drauf. Also zum Beispiel auf einer Zeitachse. Das soll möglichst gerade sein. Sagen wir mal, hier drüben sind jetzt die Daten, die zum Beispiel ganz klein sind. Also hier ist alles, was so irgendwie ein paar Millimeter groß ist. Und hier drüben ist alles, was so groß ist wie ein Elefant oder noch deutlich größer. So, und eure Kupplung wird jetzt wahrscheinlich hier irgendwo sein. Aber das ist natürlich nicht so einfach. Denn allein von der Größe her kann man nicht sagen, okay, das ist eine Kupplung. Zum Beispiel ist vielleicht, keine Ahnung, eine Trinkflasche oder der Schaltknüppel ist auch ungefähr so groß wie eure Kupplung. Vielleicht allerdings wo komplett anders angebracht. Nämlich nicht dort, wo der Fuß ist, sondern da, wo zum Beispiel die Hand ist. Und deswegen können wir das auch anhand von mehreren Sachen unterscheiden. Aber gehen wir nochmal her und sagen, wir füttern jetzt unserem Programm irgendwelche Daten. Das bedeutet, Moment. So, also sagen wir mal, wir haben hier was ganz Kleines. Wir haben jetzt unserem Lernprogramm irgendeine kleine, ein kleines Datum, also eine kleine Eingabe gegeben. Dann haben wir ihm noch ein paar Kupplungen gegeben. Also zum Beispiel hier eine und hier eine. Das war ein bisschen größere Kupplung, aber sind ja nicht alle gleich groß. Dann vielleicht eine LKW-Kupplung, die war noch ein Stückchen größer. Und dann haben wir ihm noch einen Elefanten gegeben. Und er soll jetzt unterscheiden, was sind denn jetzt die Kupplungen und was nicht. Dann haben wir hier eindimensionale Daten. Also, weil wir eben nur anhand von einer einzigen Dimension, nämlich der Größe, unterscheiden, was das jetzt ist. Ob das eine Kupplung ist oder ob es was anderes ist. Aber normalerweise braucht man viel, viel mehr Dimensionen. Denn anhand von der Größe, wie gesagt, kann ich das nicht alleine entscheiden. Und deswegen brauche ich noch mehr Dimensionen und Eigenschaften, die ich unterscheiden möchte. Und die trage ich dann eben auf einer neuen Achse ab. So, jetzt sind wir vom eindimensionalen ins zweidimensionale gekommen. Jetzt erkennt ihr vielleicht schon, dass hier so ein bisschen das aus der Oberstufe vielleicht durchkommt. Wir haben hier so eine Art Graph drin. Wir können jetzt hier so ein paar Punkte eintragen. Also die hier unten mache ich jetzt mal raus. Die brauchen wir. Halt, stopp. Die hätten wir noch gebraucht, aber die nicht mehr. So, und wir haben jetzt hier ein paar Punkte drin. Zum Beispiel ist das hier jetzt noch, wo sich das Objekt befindet. Also die Höhe im Verhältnis zu unserem Körper, zum Beispiel, wenn wir im Auto sitzen. Also da beschränken wir uns schon mal deutlich mehr. Zum Beispiel hatten wir hier vorher irgendwas ganz, ganz kleines. Zum Beispiel eine Schraube oder sowas. Und die Schraube ist jetzt meinetwegen auf Kopfhöhe. Das heißt, wir sind nachher hier. Also da oben haben wir irgendein Datum drin. So, wenn wir jetzt aber dann die Kupplung betrachten. Die waren hier ungefähr von der Größe, aber waren relativ weit unten, fast an der, ja, an der Unterseite vom Auto. So, denn wir hatten ja gesagt, eine Kupplung hängt beim Fuß. Normalerweise zumindest. Also wenn ihr so ein klassisches Auto habt. Wenn ihr irgendwie ein Automatikauto habt, dann ist das natürlich was anderes. Dann könnt ihr das aber gerne mit dem Gaspedal oder sonst irgendwie machen. So, und bei dem LKW hängt es jetzt noch ein Stückchen weiter oben. Denn wir sind ja jetzt in einem LKW und sitzen generell ein bisschen höher. Okay, und dann hatten wir noch einen Elefant und der ist meinetwegen irgendwo in der Ladefläche. Der ist auch auf der Höhe hier. Okay, so und jetzt haben wir schon mal ein paar mehr Dimensionen. Jetzt kann man schon genauer sagen, okay, vielleicht hatten wir ja noch irgendwas, was ähnlich groß ist. Das war dann von mir aus die Kupplung. Und die Kupplung, die war ein Stückchen höher. Äh, nicht die Kupplung, Entschuldigung. Den Steuerknüppel, der war ungefähr genauso groß wie die Kupplung. Aber den konnten wir vorher nicht unterscheiden, wenn wir nur nach der Größe gemessen haben. Und jetzt können wir sehen, aha, unser Steuerknüppel hier, also unser Schaltknüppel im Prinzip, den haben wir ein bisschen höher. Und deswegen sind das hier vielleicht Daten. Das hier ist ganz, ganz komisch. Warum ist denn das so weit oben? Naja, ist halt kein Auto, ist ein LKW. Da muss man dann nochmal separat lernen, zum Beispiel. Und wir haben hier oben ein anderes Datum. Also das hängt irgendwie nicht mit dem hier unten zusammen. Das hier können wir aktuell auch nicht wirklich zuordnen. Aber ihr seht, durch diese zwei Dimensionen können wir jetzt schon mal diese Schaltknüppel, beziehungsweise, ja, den Schaltknüppel von der Kupplung unterscheiden, zum Beispiel. Okay, und ja, jetzt hat man normalerweise eben nicht nur zwei Dimensionen, sondern wirklich sehr verdammt viele, zum Beispiel so 1000 oder sowas Dimensionen. Und das kann ich aber leider hier jetzt nicht zeichnen. Also ich kann euch noch eine dritte Dimension hier reingeben. Die sieht dann ungefähr so aus. Und dann habt ihr hier vielleicht noch irgendwas anderes, könnt ihr es dann räumlich zeichnen. Aber ihr seht schon, jetzt sind wir schon wieder ein bisschen begrenzt. Wir können es nicht mehr so richtig sagen. Ist es jetzt einfach weit oben oder weit hinten? Können wir nicht so eindeutig hier auf dem Blatt Papier sehen. Und deswegen wollen wir jetzt hier eben nicht mehr weiter zeichnen, sondern wir müssen uns das einfach tatsächlich vorstellen. Und ich hoffe, eure Vorstellungsgabe passt dazu, denn es ist wirklich, also ich glaube, 1000 Dimensionen kann sich keine Sau vorstellen. Das muss man aber auch eigentlich nicht. Man kann einfach davon ausgehen, okay, jedes einzelne Merkmal, also Größe, die Höhe relativ, wo wir sitzen, dann vielleicht noch, wie es sich anfühlt, aus was für einem Material das ist, haufenweise Daten irgendwie. Die haben alle eine eigene Dimension. Und das heißt später, wir sind nicht irgendwie im eindimensionalen oder zweidimensionalen Raum, wenn wir über irgendwelche Funktionen reden, sondern wir sind dann im R hoch N, also im n-dimensionalen Raum, zum Beispiel im 1000-dimensionalen Raum. Also wenn ihr bisher immer Funktionen F von X gesehen habt, so was hier, F von X, war ja bisher normalerweise immer das, dann habt ihr jetzt ein F von X, Y, Z, A, B, C und dann eben insgesamt 1000 von diesen Parametern hier drin. Und die bilden alle auf irgendwas ab, zum Beispiel X plus Y plus Z plus A plus B plus C. Keine Ahnung, so was in der Art zum Beispiel. Das wäre dann eine Abbildung in den Raum hoch 1, aber ihr könnt natürlich auch eine Abbildung in mehrere Dimensionen haben. Das heißt, ihr habt am Ende nicht nur eine Ausgabe, sondern ihr habt zum Beispiel auch wieder 1000 Ausgaben. Das heißt, ihr bildet auch wieder in den 1000-dimensionalen Raum ab. Okay, ja, soviel zu den Daten. Ich glaube, das reicht erstmal als Einführung. Wir werden uns das dann noch irgendwann genauer angucken, aber im Prinzip könnt ihr euch so vorstellen, wir haben einfach haufenweise Dimensionen. Und natürlich ist es so, je mehr Dimensionen wir hier haben, desto schwieriger wird es genug Daten zu finden. Aber das mache ich in einem anderen Video. Mal gucken, wann. Das reicht erstmal, würde ich sagen, als Einführung. Und ja, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.